Kosi, 1 zu 1 gegen VfB Hohenberg. Positiv sicherlich weiterhin ungeschlagen bleiben wir. Aber der Gegner hat wieder mit einer halben Chance ein Tor gemacht und somit ein paar Punkte verloren, denke ich, oder? Ja, sicherlich ist es enttäuschend, dass wir 1 zu 1 gespielt haben. Aber man hat gesehen, auf solche Gegner wie VfB Hohenberg, wenn wir öfters in der Liga treffen, die haben null Fußball gespielt. Der Trainer hat vorhin gesagt, man muss die kleinste Chance im Leben nutzen. Und wir hatten heute sicherlich viel Pech gehabt beim Abschluss. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht schön toll, wir haben super gespielt. Und nächste Woche müssen wir jetzt Sachen neu einpacken. Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung? Hast du ja jetzt erstmal in den letzten Spielen noch auf der Bank gesessen, heute von Anfang an. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin nie zufrieden mit mir selbst. Ich weiß, ich kann mehr. Da ist noch eine Menge Luft nach oben. Und mit der Hilfe der Mannschaft, meiner Mitspieler, Trainer, wenn wir schon dahin kommen, auch ich, dass wir alle auf 100 Prozent kommen. Also viel Glück für dich und für die Mannschaft. Tschüss.